Ich glaube, wir haben etwas erlebt hier an diesem Tag. Es war ein bunter Bogen und diesen bunten Bogen möchten wir jetzt abschließen mit dem Abschlussvortrag, auf den ich mich ganz, ganz, ganz besonders freue, denn unsere nächste Referentin war vom ersten Moment bei der Planung des Kongresses mit dabei, von der ersten Sekunde und hat so viele Impulse auch gegeben für diese Veranstaltung heute, dass dieser Rahmen überhaupt so zusammengekommen ist. Ja, sie selber hat ein Thema mit Strahlung, mit einer enormen Strahlenbelastung, ich glaube, das darf man so sagen an dieser Stelle, es ist bekannt und neben dem hat sie eine Ausbildung als BWLerin, das heißt, sie wird auch die Seite, natürlich die Wirtschaftsseite kennenlernen, was steckt eigentlich dahinter letztendlich, ist es eventuell ein Lobbyismus oder sind es ganz andere Kräfte und was bedeutet es überhaupt, smart in die Zukunft zu gehen? Der Kongress heißt ja 5G, smart in die Zukunft, gehen wir wirklich smart in die Zukunft, so wie es draußen propagiert wird oder steckt da etwas ganz anderes hinter, ein ganz anderer Kern und dieser ganz andere Kern wird uns jetzt präsentiert von Anke Kern, begrüßen Sie mich ganz herzlich, Anke Kern. Ja, das war jetzt schon ein langer Kongress heute, viel Wissen und ich hoffe, dass Sie noch ein bisschen durchhalten, weil jetzt wird es noch ein bisschen ernst werden. Mein Thema ist ja das smarte Netzwerk hinein in eine neue Welt und ich beginne noch von Anfang an, wie ich erfahren habe, dass ich zu den Betroffenen gehöre. Im Herbst 2003 fanden wir einen Flyer in unserem Briefkasten, in dem uns eine Mobilfunkinitiative darüber aufklärte, dass ein großer Funkmast in der Nähe unseres Hauses geplant sei, in dem wir noch gar nicht so lange wohnten. Unsere Gesundheit sei in Gefahr und unsere Immobilie könne an Wert verlieren. Dass die Gesundheit in Gefahr sei, das hat gleich meine Alarmglocken läuten lassen aus einem ganz bestimmten Grund, weil mir Gesundheit ganz besonders wichtig ist. Ich bin als junge Frau mitten im Studium schon mit schwerer Krankheit konfrontiert worden, als ich 23 Jahre alt war und habe zwölf Jahre lang wirklich hart kämpfen müssen, um da wieder rauszukommen. Und ich habe das geschafft, nicht mit der Schulmedizin, die hat für chronische Erkrankungen leider eben nicht die Lösung, sondern ich habe eine Selbstübungsmethode erlernt, die ich seit 16 Jahren jetzt selbst unterrichte und damit habe ich mich da rausgeholt. Und ich hatte gerade im Frühjahr 2003 angefangen, selbstständig zu unterrichten und dann plötzlich diese Situation, also unsere Gesundheit sei in Gefahr. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts über dieses Thema. Ich war die Einzige, die sich in unserem ganzen Stadtviertel dafür interessiert, ein bisschen mehr zu erfahren. Ich habe mich mit der Initiative in Verbindung gesetzt und habe dann ein bisschen mehr mitbekommen. Es gab eine Infoveranstaltung in der Nähe unseres Hauses, zu der mein Mann, ein Arzt, ging und danach schalteten wir unser Schnurlostelefon, das Decktelefon nachts aus und nach 14 Tagen machten wir eine Entdeckung, die uns wirklich erschüttert hat und die uns dazu inspiriert hat, dass wir uns mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen. Dann war das in der Nacht, also praktisch es war wirklich eine Nacht- und Nebelaktion, hat die Telekom im Herbst 2004 auf der anderen Seite unseres Hauses einen Funkmast errichtet, um den wir uns erstmal keine Sorgen machten. Also wir dachten, der betrifft uns gar nicht. Und dann begann im Frühjahr 2005 etwas Merkwürdiges. Ich habe mir gerade ein neues Büro eingerichtet, im ersten Stock unseres Hauses und immer, wenn ich da oben mich zurückzog zum Arbeiten, konnte ich mich plötzlich nicht mehr konzentrieren. Ich vertippte mich andauernd. Ich bekam Kopfschmerzen bis zu Frösteln und Energieverlust. So beim ersten Mal habe ich mir noch nichts gedacht. Habe gedacht, okay, habe halt nicht gut geschlafen. Beim zweiten Mal auch noch, naja, ist vielleicht das Wetter schuld. So beim dritten und vierten und fünften Mal dachte ich das wahrscheinlich auch noch. Und dann plötzlich ging es mir dann aber so schlecht mit wirklich Erschöpfungszuständen. Dann legte ich mich in die Badewanne, weil ich plötzlich so, dass Frieren anfing. Und da habe ich gedacht, ich lag in der Badewanne, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich einen Messtechniker beauftragt, beziehungsweise wir, und haben herausfinden wollen, was hier nicht in Ordnung ist. Und siehe da, der Funkmast, den die Telekom nachts aufgebaut habe, hat unser Haus so belastet und die höchsten Werte waren direkt an meinem Schreibtisch und am Bett unserer Tochter, die zu dieser Zeit nachts immer aufstand und nicht schlafen konnte. So habe ich also festgestellt oder erfahren, dass ich auf diese Strahlung, auf einen GSM- und UMTS-Mast reagiere, beziehungsweise meinen Körper. Damit musste ich mich erst mal arrangieren. Also ich gehöre zu den Betroffenen. Ja, weil ich zum Beispiel Kopfschmerzen bekomme. Ich gehöre zu den Betroffenen, wie auch die frühere WHO-Generaldirektorin Gro Harlem Brundtland, die auch Kopfschmerzen bekam, sogar wenn ihre Kollegen mit einem eingeschalteten Handy in ihre Nähe kamen. Also sie hat das 2002 in einer dänischen Tageszeitung in einem Rahmen eines Interviews kundgetan. Ich bin Betroffene wie zahlreiche Handynutzer, die an einer schwedischen Studie teilnahmen und diese Studie wurde 1998 auf einer internationalen Tagung in Österreich vorgestellt. 1998 schon. Und da hat sich auch damals herausgestellt, je länger die Telefonierten, desto intensiver und stärkere Symptome bekamen die Handy-Telefonierer. Ja, ich bin Betroffene wie ein früherer Motorroller Handy-Entwickler, Michael C. Cain, der einen Gehirntumor bekam und der in den USA schon früh klagte gegen die Branche. Und er hat 2001 ein Buch veröffentlicht, das erschien in New York. Und die deutschsprachige Ausgabe hier in Deutschland auf dem Markt, die ist, als wir sie kaufen wollten, plötzlich ganz schnell vom deutschen Büchermarkt verschwunden. Wir haben dann für sehr viel Geld die englische Variante erworben. Die Gehirntumorprozesse, die laufen ja heute immer noch. Ich weiß gar nicht, ob Michael C. Cain noch lebt oder ob er jetzt auch zu den aktuell Klagenden noch mit dazugehört. Wer über diese Klagen etwas sehen möchte, dem empfehle ich den Film von Klaus Scheidsteger, Thank you for calling. Ich bin Betroffene wie ein früherer Nokia-Technologie-Chef, der auch 1997, 2007 an die Öffentlichkeit ging und erzählte, dass Handys seine Gesundheit zerstört hätten. Ich bin Betroffene wie wahrscheinlich der frühere Apple-Chef Steve Jobs, der im Rahmen eines Interviews gesagt haben soll mit einem Journalisten der New York Times, dass er seine Kinder von iPads fernhält, weil er nicht möchte, dass ihnen das passiert, was ihm passiert ist. Er ist mit 56 Jahren an Krebs gestorben, genau in meinem Alter. Ich bin Betroffene wie der Ingenieur, ein junger IT-Ingenieur Jeremy Jones, der 15 Jahre lang im Silicon Valley arbeitete und dann plötzlich nach Einbau eines Smart Meters in sein Haus, Herzrasen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Tinnitus bekam und heute in den USA mit zu den Aufklärenden gehört. Ich bin Betroffene wie Claire Edwards, die 18 Jahre für die UNO arbeitete und mit zum Initiatoren-Team des 5G Space Appeals gehört. Das sehen Sie da oben drüber auf den Plakaten. Ja, ich bin Betroffene wie ein Physikprofessor der Dualen Hochschule Stuttgart, der in der ZDF-Sendung Planet E, Krankmacher Handy vorgestellt worden ist. Und ich bin Betroffene wie viele andere Menschen, die ich in den letzten 15, 16 Jahren kennengelernt habe oder von denen ich gehört habe. Und wir alle haben alle am eigenen Leib erfahren, dass die Grenzwerte eine Lüge sind. Ich bin Betroffene wie Rotkehlchen, die durch schwache technisch erzeugte elektromagnetische Felder in der Orientierung beeinträchtigt sind. Das können Sie sehen im britischen Dokumentarfilm Resonance Beings of Frequency. Ab Minute 22 geht es um Rotkehlchen. Es geht aber auch um Bienen und um Menschen. Ich bin Betroffene wie die Ratten, die Mäuse und die Bienen in den Studien. Ich bin Betroffene wie die Tauben und die Zebrafinken, die Professor Peter Semm von der Uni Frankfurt im Auftrag der Telekom ab 1994 bestrahlt hat. Professor Semm hat übrigens ab 1980 nachgewiesen, dass unsere Zirbeldrüse und die Produktion von Melatonin beeinträchtigt wird durch Elektrosmog. Und spätestens 1996 muss den Betreibern der Telekom klar gewesen sein, wie gefährlich die Strahlung sein kann. So schlussfolgern zwei Autoren, die das Buch geschrieben haben, Mobilfunk, ein Freilandversuch am Menschen, ist im Jahr 2003 erschienen. Das ist Thomas Grasberger und Franz Kotteder, die über die Studien von Professor Semm auch ausführlich geschrieben haben. Ja, ich bin Betroffene wie die Pferde der Polizeistaffel in Kassel. 2002 kam dies an die Öffentlichkeit und wurde von einem Hochschulprofessor sogar vom Hessischen Landtag referiert. Das heißt, auch hessische Landtagsabgeordnete wissen schon lange darüber etwas, über die negativen Auswirkungen dieser Strahlung. Was haben wir alle miteinander gemeinsam? Wir sind Lebewesen auf diesem Planeten Erde. Also wer ist nun betroffen von diesem Mikrowellen-Terror? Vielleicht alles, was lebt auf dieser Erde, inklusive dem Wasser, das rund um das Team von Dr. Masaru Emoto auch mit Mikrowellenstrahlung bestrahlt worden ist, mit einem ihn erschreckenden Ergebnis? Ist vielleicht die ganze Erde und alles drumherum beeinträchtigt durch technisch erzeugte elektromagnetische Felder? Vielleicht der gesamte elektromagnetische Ozean? Und vielleicht ist sogar die Klimakatastrophe Ergebnis von dem gigantischen Eingriff in den Naturhaushalt von Mutter Erde. Und ich hoffe sehr, dass das Thema der elektromagnetischen Verseuchung dieses Planeten Erde mit dem Eingriff in das Wasser, denn Energie oder in das Wetter, denn Energie geht nie verloren. Sie wandelt sich um, endlich auch mal bei der sogenannten Freitagsbewegung ankommt und sie aufhören, über das CO2 herzufallen, über das nämlich die Pflanzen jubeln würden, wenn wir mehr davon hätten. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wenn man Bücher liest, man sich umfangreiches Fachwissen aneignen kann. Unter anderem von den beiden Frequenzwissenschaftlern Fosa und Bluthoff mit ihrem Buch Der Geist hat keine Firewall. Da können Sie nämlich genau nachlesen, warum man uns nur so wenig CO2 gönnt. Denn Sie haben das in Studien überprüft. Wie wirkt es auf Menschen, wenn man der Atmosphäre oder der Luft mehr CO2 zugibt? Die Menschen werden wacher und mutiger. Das ist das Ergebnis und das können Sie nachlesen. Und dass wache und mutige Menschen dem System im Weg sind, das können Sie sich vielleicht auch denken. Seitdem ich also von dem Thema erfahren habe, beobachte ich, vor allen Dingen, weil ich auch von anderen Menschen auf Dinge aufmerksam gemacht worden bin. Zum Beispiel von einer Ärztin im Frühjahr 2006, die mir Bäume zeigte um Mobilfunksender herum und wie krank sie ausschauen. Sie hat mir das auch messtechnisch vorgeführt. Seitdem beobachte ich Bäume. Überall, wo ich lang gehe, auch meine regelmäßigen Spaziergänger, auch mit dem Hund, ich gehe ja immer die gleichen Strecken, habe ich von Jahr zu Jahr sehen können, wie die Bäume mehr und mehr kränkeln und fast alle Bäume um uns herum, die im Funkstrahl standen sind, gefällt worden. Dann wurde ich auf einer Ärztetagung in Bamberg im Januar 2005, initiiert von der Bamberger Ärzteinitiative, durch einen Referenten, ein Doktoringenieur der Physik, aufmerksam gemacht worden auf etwas, was ich dann ganz erstaunlich fand. Denn er zeigte uns Bilder von seinen Nachbarn, die sich im Gesicht so sehr veränderten innerhalb von sechs Monaten, nachdem mehrere Funkmasten in ihr Wohngebiet auf Dächer gesetzt worden sind. Und er zeigte die Bilder und Leute, Menschen mit ganz dicken Tränensäcken unter den Augen. Und genau einen Monat zuvor war ich zu einer Weiterbildung in München und ich stand am nächsten Morgen auf, schaute im Hotelbadezimmer in den Spiegel und hatte plötzlich mit 42 ganz dicke, geschwollene Tränensäcke unter den Augen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich denke, was ist denn jetzt los? Im Lauf des Tages ging das dann wieder weg. Am nächsten Morgen genau das gleiche Ergebnis. Widerstand ich fassungslos vorm Spiegel, konnte es kaum glauben. Sah aus wie ein alter Mann, der viel Alkohol getrunken hat in seinem Leben. Und dann hörte ich das plötzlich von diesen Tränensäcken und dann habe ich mich natürlich auch mit Leuten ausgetauscht, die im Heilberuf arbeiten und es geht hier um eine Schwächung der Niere. Die Niere ist das Organ, ein Wasserorgan laut TCM, die ganz besonders sensibel auf technisch erzeugte Strahlung reagiert, aber auch auf natürliche Strahlung, wenn man auf Wasseradern liegt zum Beispiel. Also die Niere ist ein sehr empfindsames Organ. Seitdem beobachte ich auch Menschen und schaue in die Gesichter und sehe heutzutage sogar schon Kinder mit Schwellungen unter den Augen. Dann erfuhr ich aus meinem Bekanntenkreis von einer Dozentin, die an einer Hochschule in Berlin arbeitet. Ich habe von ihr erfahren, dass sie mit ihren Studenten heute etwas erlebt, was früher überhaupt nie vorgekommen ist. Dass diese jungen Menschen schon so viel und so häufig schwer krank sind, bisschen auch schwere psychische Störungen haben und das sei früher überhaupt nie so gewesen. Das hätte sie nie erlebt. Seine Frau, die schon seit Jahrzehnten Hochschuldozentin ist. Und mich wundert das nicht. Also wenn man sich den Alltag von Studenten anschaut, in Universitäten ist die Strahlenbelastung sehr hoch und die haben teilweise 500, also Lehrsäle, wo 500 Studenten drin sitzen, natürlich alle mit ihren eingeschalteten WLAN-Laptops, eingeschalteten Smartphones und dann Repeater an den Decken und so weiter. Also die Strahlenbelastung für diese jungen Menschen ist wirklich enorm. Und auch sogar in der Allgäu-Zeitung wurden dann mal Zahlen oder halt so eine Information von der Barmer Krankenkasse, Ersatzkrankenkasse veröffentlicht, dass es noch nie so viele Kranke, junge Menschen gab, die psychische Probleme haben, Panikattacken, Schlafstörungen und so weiter. Also alle, die wir uns schon lange mit diesem Thema beschäftigen, uns wundert das nicht. Uns wundert eigentlich nur, warum die Leute nicht mehr endlich auf den Grund kommen. Und die Wurzel, warum ist das denn so? Ja, es ist immer nur Stress, Stress, Stress. Ja, ganz einfach. Dann, Sie haben ja schon heute auch über belegte Effekte dieser Strahlung gehört, nur sind wir ja hier und heute immer noch an einem Punkt, wo fast kaum jemand etwas über dieses Thema weiß. Und wenn die meisten Menschen immer noch nicht erkannt haben, dass es hier ein Problem gibt, dann wird auch nicht nach Lösungen gefragt. Das heißt, erst wenn wir erkennen, wenn wir uns Wissen aneignen und dann erkennen, werden wir anfangen, nach Lösungen zu fragen. Und an dem Punkt sind wir nicht. Wir sind nach wie vor, immer stecken wir noch da fest, dass fast niemand was weiß. Wie kommt das? Dass so wenige Menschen über das Thema etwas Wissen. Vielleicht, weil es hier ein smartes Netzwerk gibt, das emsig damit beschäftigt ist, dieses Wissen möglichst nicht ans Licht kommen zu lassen und dies geschickt versteht, die Menschen zu belügen, betrügen und zu täuschen. Ich habe das in drei Bereiche eingeteilt. Jeden Bereich stelle ich nur kurz vor, weil jeder einzelne Bereich von Medien, Politik und der Branche selbst wäre ein abendfüllendes Thema, wie sie sich verhalten. Ich möchte aber nochmal auch viel weiter zurückgehen, damit sie auch sehen, wie lange das schon geht, weil es sind die Wurzeln, die dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt alle miteinander ganz schön in der Tinte sitzen. Denn die Damen und Herren in der Politik haben im Moment noch nicht vor, also 5G gehen zu lassen. Sie arbeiten wirklich auf Hochtouren, sie sind auf Senderstandortsuche. Die Betreiber, sie pushen jetzt ganz schön vorwärts und wollen, weil sie, ich vermute mal, auch den Widerstand überall wahrnehmen. Der ist dann nicht nur hier in Deutschland so, sondern auch in den USA sind die Menschen wirklich ganz, ganz intensiv mit Widerstand beschäftigt. Das freut mich auch, weil ich auch Kontakte nach Kalifornien bekommen habe, auch zu der Künstlerin, die dieses Bild der Bienenfrau gemalt hat und mit ihrem Bild natürlich alles ausgedrückt hat, um was es hier geht, um Leben auf diesem Planeten Erde. Ich möchte zurückgehen zu der Frage auch, welche Rolle spielen die Medien? Die Medien sind eigentlich dafür da, uns zu informieren. Also mit die Medien meine ich jetzt natürlich die etablierten Medien, die Mainstream-Medien. Es gibt Gott sei Dank im Moment natürlich sehr viele freie Medien, über die wir an Wissen rankommen, was uns früher nicht möglich war. Es gibt einen ganz beeindruckenden Artikel, der etwas aufzeigt, der auch online zur Verfügung steht. Er heißt Funkstille über Strahlungsschäden. Ein Journalist, genannt Mike Krüger, hat 2007, Anfang 2007 in einer Journalisten-Fachzeitschrift, genannt Message, einen Artikel veröffentlicht, der es wirklich in sich hat. Also wer diesen Artikel kennt, den Inhalt kennt, der weiß, warum die Medien sich da raushalten. Also es wird zum Beispiel auch berichtet darüber, wie ein technischer Direktor des Bayerischen Rundfunks eines Abends eine sehr merkwürdige Informationsveranstaltung für seine Redakteure durchführte, wo sie nach und nach so das Gefühl beschlicht, dass er sich auf Linie bringen möchte. Dieser technische Direktor des Bayerischen Rundfunks hat zuvieligerweise ganz besondere Kontakte zur Mobilfunkbranche und das kann man da auch nachlesen. Und der Bayerische Rundfunk fing auch damals an, die Senderstandorte an Mobilfunkbetreiber zu vermieten. Also gingen natürlich jetzt hier geschäftliche Verbindungen ein. Dann eins der wichtigen Bücher, die ich zu dem Thema auch empfehle, weil es wirklich auch dieses Netzwerk aufzeigt, ist von den beiden Journalisten Grasberger und Kotteder, Mobilfunk, ein Freilandversuch am Menschen, das kann man noch gebraucht kaufen, weil auch hier das Netzwerk aufgezeigt wird. Und in diesem Artikel, Funkstille über Strahlungsschäden, schreibt der Journalist auch darüber, wie dieses Buch entstanden ist. Sehr interessante Geschichte, denn Herr Kotteder ist heute noch Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Herr Grasberger hat gekündigt, nachdem man ihm einen Artikel über das Thema Mobilfunk veränderte, Sätze rausstrich, Sätze einfügte, die er gar nicht geschrieben hat und somit vollkommen Sinn entstellt und er war so empört, als er seinen angeblich von ihm stammenden Artikel las, das er gekündigt hatte und das ist sehr erhellend in diesem Artikel, also können Sie selber alles nachlesen, das ist ja nicht meine Erfindung, es steht wirklich online. Funkstille über Strahlungsschäden, wenn Sie es eingeben, Mike Krüger, Funkstille über Strahlungsschäden, dann finden Sie es auf mehreren Internetseiten online. Dann eine Geschichte, die mich damals auch sehr betroffen gemacht hat, von einem Spiegeljournalisten, der schlich sich im Frühjahr 2007 in das Vertrauen einiger Aufklärenden ein, hatte eine Ärztin und verschiedene Menschen zwei Tage lang begleitet, insbesondere eine Ärztin, die ihm auch Dokumente, zahlreiche medizinische Dokumente überreichte, an denen der Spiegeljournalist hätte erkennen müssen, dass an den Warnungen zu dieser Technologie wirklich etwas dran ist. Am zweiten Tag ist ein Doktor, Ingenieur der Physik mit ihm gegangen den ganzen Tag und hat ihn auch über die Baumschäden aufgeklärt, rund um Sendeanlagen. Aber dieser Artikel schien wohl ausschließlich dazu gedacht gewesen zu sein, eine ganz besonders engagierte Ärztin, die ich sehr schätze, in die Pfanne zu hauen. Und das hat er auch getan. Er hat einen unglaublich entwürdigen Artikel über diese Ärztin veröffentlicht und hat ihr noch, bevor er, also veröffentlicht worden ist, ihr das PDF-Dokument geschickt per E-Mail und hat ihr das geschrieben mit den Worten, ich hoffe, sie fühlen sich gut behandelt und sie fühlen sich gut wiedergegeben. Also er hat sie auch noch mit diesen Worten verspottet. So mies kann Journalismus sein. Ich sage Ihnen, wie der Artikel heißt, der Hamster ist Zeuge, war die Überschrift dieses Spiegelartikel und die Ärztin, ich habe die ganzen Dokumente nochmal durchgelesen, hat das auch hinterher klargestellt, nicht der Hamster war Zeuge, sondern mehrere Ärztinnen und Ärzte, die bestimmte Fälle belegt haben und diese ganzen Unterlagen wurden diesem Journalisten überreicht. Dieser Spiegelartikel hat zu einem offenen Brief geführt, einer Initiative von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärztinnen und Ärzten an den damaligen Chefredakteur Stefan Aust, der nie beantwortet worden ist, aber dieser offene Brief, der steht sogar online bei der Neuen Rheinischen Zeitung. N-R-H-Z ist der online und ich empfehle das, den wirklich zu lesen, weil dieser Brief wirklich ganz, ganz viele wichtige Informationen beinhaltet. Also er ist sehr reichhaltig, empfiehlt sich wirklich zur Wissensaneignung, den zu lesen. Dann gab es noch etwas, merkwürdigerweise häufte sich das so im Frühjahr 2007, ist mir aufgefallen, so bei der Recherche, wo ich mich nochmal beschäftigt habe, gab es eine Sendung von Quarks und Co. mit dem sehr sympathischen Fernsehmoderator Ranga Yogeshwar, der in einer Sendung der Frage nachging, kann denn Handystrahlung krank machen und er hat ganz schnell die Antwort gefunden in seiner Sendung, Handystrahlung könne keineswegs krank machen. Und diese Fragestellung oder das führte dann zu einer Frage eines Marburger Physikprofessors, wer hat denn diesen Sendeplatz gesponsert oder gekauft. Und die Neue Rheinische Zeitung hat darüber auch etwas berichtet, steht immer noch online und dann kann man sogar in einem Artikel eines Journalisten dort finden, also die Antwort finden, ob hier jemand gesponsert hat oder nicht. Steht drin im Artikel. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten für Lobbyisten, Journalisten, ja dazu zu bringen oder Zeitungen dazu bringen, ihre Informationen zu bringen, auch sehr versteckt, aber die tun das ganz offen kund. Also in einem Artikel, ich glaube Zeit Online war es genau, erschien ein Artikel 2009, Deutschland entblättert. Da hat eine Mobilfunklobbyistin ganz offen und locker zugegeben, dass es heute noch nie so einfach war, Journalisten dazu zu bringen, ihre Inhalte und ihren Zweck zu kommunizieren, also für sie praktisch zu kommunizieren. Sie bringen schöne Inhalte, verschleiern aber den Absender. Und sie hat gesagt, es war noch nie so einfach wie heute. Also recherchieren Journalisten nicht mehr, oder? Ja, und heute ist es natürlich, also es ist natürlich auch sehr einfach, übers Internet zu verleumden. Ja, also wir haben eine illegale Diffamierungsplattform sozusagen, den digitalen Pranger mit der illegalen Plattform Psyram, früher Esewatch genannt. Illegale Plattform, sage ich illegal, weil kein Impressum angegeben ist. Also dieser Server steht irgendwo im Nirgendwo, im Niemandsland und gegen diese Unwahrheiten, die dort veröffentlicht werden, kann man sich gar nicht wehren, weil man juristisch überhaupt nicht vorgehen kann dagegen. Aber es kann natürlich auch geschäftsschädigend sein, kann wirtschaftliche Einbußen nach sich bringen, wenn man im Internet so verleumdet wird, weil die schaffen das immer wieder, wenn man nach jemandem recherchiert, dass die sich relativ weit nah an den Namen heranbekommen. Und es gibt einen Film darüber, einen Kinofilm von Markus Fiedler, vielleicht haben Sie schon mal bei Ken Jebsen gesehen, der hat über Wikipedia einen Film online gestellt, auch von Markus Fiedler, die dunklen Seiten der Wikipedia. Es gab einen zweiten Teil, Zensur, die Manipulation der Wikipedia und anderer Medien, der steht unter dem YouTube-Kanal Fiedler Audio online und da geht es hauptsächlich um Psyram und in welches Netzwerk im Internet Psyram eingebettet ist. Und selbstverständlich hat der Filmemacher, also der den Film gemacht hat, Markus Fiedler danach einen Eintrag bei Psyram bekommen, wie viele andere Menschen auch, die ich für ihren Mut- und Aufklärungsarbeit wirklich bewundere. Und seit kurzem habe ich auch diesen Ritterschlag erhalten, ich bin jetzt auch unter Psyram zu finden. Und natürlich war das nicht nur der Spiegel allein, also in dem Artikel Funkstille über Strahlungsschäden wird auch berichtet darüber, dass auch andere etablierte Medien dazu beigetragen haben, dass Menschen, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, die an die Öffentlichkeit gehen, wirklich ins Lächerliche gezogen werden. Und das ist tatsächlich auch auf fruchtbarem Boden gestoßen, was wir Aufklärenden dann wirklich erfahren haben. Denn uns ist plötzlich so Spott und Häme entgegengekommen. Sie haben uns so in die Spinnerecke gestellt, wo ich auch merke, sieh mal einer an, wie fruchtbar das doch auch ist, diese Arbeit, weil den Spiegel, die Zeit, Süddeutsche Zeitung und so weiter nimmt man ja alles ernst, auch als Akademiker, das sind ja die Medien in Deutschland. Nur ist es so, dass jetzt im Oktober 2017 hat das Magazin Free21 einen Auszug aus einer Studie eines Schweizer Forschungsinstitutes vorgestellt mit der Information, dass deutsche etablierte Medien und auch die Fernsehanstalten eingebettet sind in die Propaganda-Matrix des Council on Foreign Relations, des mächtigsten US-Thinktanks. Das ist eine wissenschaftliche Studie, die ist online gestellt bei Free21 unter Propaganda-Matrix. Das ist auch nicht meine Erfindung, sondern man kann es nachlesen. Dann komme ich zur Rolle der Politik oder der Damen und Herren in der Politik oder wie ich es bei der Wissensmanufaktur gelesen habe, die Politikdarsteller, die da Politikdarstellen, die Verantwortlichen, die keine Verantwortung zu tragen haben. Oder haben Sie schon mal irgendwie gehört, dass eine Dame oder Herr in der Politik für irgendetwas hat Verantwortung tragen müssen? Ich habe mich nochmals beschäftigt intensiv mit der Bayerischen Rinderstudie. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Das war schon in den 90er Jahren, also es ist schon eine lange Geschichte. Da hat ein Bauer aus Schneidsee ab 1995 plötzlich ganz schlimme Zustände an seinem Hof gehabt. Also unglaublich viele Fehlgeburten, also auch verkrüppelte Kälber und so weiter. Das war wirklich ein Drama. Und ein ehemaliger grüner Landtagsabgeordneter, der Volker Hartenstein, hat sich dafür eingesetzt, dass daraus eine Studie gemacht wurde. Nur wie diese Studie abgelaufen ist und dass sogar unter einem Staatsminister eine Studie abgewandelt worden ist, mit einem Ergebnis an die Öffentlichkeit gegangen sind, das nicht das Ergebnis der Studie war, dass sich christlich und soziale Politiker erlauben, eine Studie zu manipulieren. Das hat mich wirklich fassungslos gemacht. Also ich bin eines Abends wirklich wutentbrannt aufgesprungen, konnte an meinem Vortrag nicht mehr arbeiten, weil ich immer denke, das gibt es doch nicht, dass die damit durchkommen. Sie belügen, betrügen die Menschen und kommen damit durch und das hat keine Konsequenzen. Ihnen werden ihre Gelder nicht gekürzt, ihre Pensionen nicht gestrichen und gar nichts. Sie kommen durch bisher. Herr Dr. Werner Schnappauf, unser früherer bayerischer Umweltsminister und Gesundheitsminister, unter seiner Regierung ist das geschehen, unter Wikipedia kann man nachlesen, Herr Dr. Werner Schnappauf wird als Politiker und Lobbyist geführt. Und nach seinem Amt als bayerischer Staatsminister ging er sofort als Hauptgeschäftsführer zum Bundesverband der deutschen Industrie. So sieht das aus. Das sind Politiker oder Politikdarsteller von heute. Dann haben wir noch eine Behörde in Bayern, das Bayerische Landesamt für Umwelt und ich vermute mal, dass es in allen Bundesländern ähnlich ist. Jedes Bundesland hat eine Behörde, die für Umwelt- und Landesentwicklungsfragen zuständig ist. Die haben jahrelang Veranstaltungen durchgeführt für Verwaltungsangestellte, für Stadträtinnen und Stadträte in Zusammenarbeit mit der Lobbyorganisation der Branche, um den Damen und Herren im öffentlichen Dienst mitzuteilen, dass die Grenzwerte die Gesundheit schützen und dass es keine Studien gäbe, die das Gegenteil belegen würden. Und das von einer staatlichen Behörde aus. Und die ganzen Broschüren, die diese Behörde oder immer, nicht ganz, wo schon mal die, die ich durchgeschaut habe, haben sie immer wieder den Hinweis gegeben zu dieser Lobbyorganisation. Da solle man sich die Informationen holen. Das ist ungefähr das Gleiche, als wenn das Gesundheitsamt den Menschen, die sich über die Gefährlichkeit des Rauchens informieren möchten, zur Marketingabteilung von Firma Marlboro verweisen. Und jetzt noch in einer neueren Broschüre aus dem Jahr 2012 dieses Landesamtes zum Thema Mobilfunk und Schule finde ich wieder den Hinweis auf diese Lobbyorganisation, wo sich dann die Lehrerinnen und Lehrer die Informationen holen sollen, wie ungefährlich doch diese Strahlung ist, damit diese das doch auch bitte an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben und diese ganz in Ruhe weiter ihre smarten Phones benutzen. So läuft das, Staat und Wirtschaft, gute Zusammenarbeit. Und die gute Zusammenarbeit, die kann man eben auch noch daran erkennen, dass die Münchner Niederlassung des Bundesamtes für Strahlenschutz dem privaten Verein IGNIB, der weltweit die ganzen Grenzwerte vorgibt, Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Und was ich noch vergessen habe, auf der Behörde, auf dem Gebäude des Bayerischen Landesamtes für Umwelt steht natürlich ein Mobilfunksendemast, das ist vollkommen klar, beim Bundesamt für Strahlenschutz ebenfalls. Und ich fand bei den Recherchearbeiten über die IGNIB, ist auch heute schon gesprochen worden, das ist ein privater industrienaher Verein, der sich seine Mitglieder selbst aussucht. Wie gesagt, dieser deutsche Münchner Verein gibt weltweit die Grenzwerte vor und ich habe vom Schweizer Verein Gigaherz noch einen älteren Beitrag gefunden über die IGNIB mit der Überschrift IGNIB oder die Todesengel von Oberschleißheim. Das ist ja schon ein netter Artikel, gell? Und wie kann das sein, dass ein privater Verein weltweit die Grenzwerte vorgibt, die für 5G auch noch jetzt erhöht werden sollen und alle Weltregierungen fallen vor diesem Verein ehrfurchtsvoll in die Knie. Was ist hier los? Das ist schon sehr merkwürdig, dass das von Deutschland ausgeht, dass sie sich alle diesen Richtlinien beugen. Mein Fazit aus dem Beschäftigten mit Politik und Wirtschaft ist folgendes. Die Damen und Herren in den höheren Etagen der Politik sind Bahnen der Wirtschaft während der Zeit, während sie diese Ämter innehaben, den Weg. Sie sind nichts anderes mehr als Diener und Dienerinnen des Kapitals. Ja, und wie agiert die Branche selbst, die natürlich am größtmöglichen Profit interessiert ist, so wie leider auch die Bundesregierung, weil die ist natürlich auch ein bisschen in einer Zwickmühle Staat und Wirtschaft, denn die Bundesregierung ist Anteilseigler, zum Beispiel an der Telekom-Aktiengesellschaft. Ja, und dass die Wirtschaft so große Macht bekam, ist ja letztendlich den Privatisierungen zu verdanken. Ja, die Bahn, die Post, Telekommunikation wurde privatisiert, verkauft, also praktisch öffentliches Eigentum, von Steuergeldern finanziertes öffentliches Eigentum ist verkauft worden und die können jetzt machen, was sie wollen. Und das habe ich vor kurzem erst erfahren, weil es eine private Angelegenheit ist, darf die Telekom jederzeit und überall die Gehsteige aufreißen und eine Stadt hat überhaupt nichts mehr zu sagen, weil es eine private Angelegenheit ist. Und eine Aktiengesellschaft zum Beispiel ist ja verpflichtet, laut Aktiengesetz den größtmöglichen Profit für die Aktionäre zu erwirtschaften. Und was ist passiert durch die Privatisierungen? Stellenabbau, 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 sodass jetzt auch bei der Bahn unglaublich viele Stellen fehlen, weil die Aktionäre ja den größtmöglichen Profit machen wollen. Das ist Start in Deutschland heute. Und wen genau? Unsere Damen und Herren in der Politik, und ich frage mich eigentlich heute noch, wer hat Ihnen das eigentlich erlaubt, während Ihrer Amtszeit öffentliches Eigentum zu verkaufen? Das frage ich mich heute noch, das darf doch eigentlich gar nicht sein, dass von Steuergeldern finanziertes Eigentum verkauft werden darf. Würde ich mal sagen, nein, aber Sie haben es getan. Und wen Sie zu den Neuen Mächtigen gemacht haben, steht auch auf Free21 online mit dem Titel Die Neuen Mächtigen. Da können Sie dann sehen, was steht hinter der Deutschen Post, hinter Telekom und so weiter. Wem gehört das? Abgesehen davon, dass die 1,5 Millionen Sozialbauwohnungen verkauft haben. Und so weiter und so fort. Da könnte man sich ja endlos auslassen über dieses Thema. Aber wie agiert die Branche selbst? Also sie hat 2001 das Informationszentrum Mobilfunk e.V. gegründet. Das habe ich vorhin als Lobbyorganisation bezeichnet, was sie angeblich nicht war. Nur merkwürdigerweise sind die Betreiber dieses Informationszentrums die sechs UMTS-Lizenzinhaber gewesen und noch eine Bündelfunkfirma, Dolphin Telekom, glaube ich, war das. Also es sind Mobilfunkanbieter, stecken hinter dem IZMF, angeblich ein gemeinnütziger Verein. Und da muss man sich auch nochmal vorstellen, wie kommt eigentlich so eine Lobbyorganisation zu einem Gemeinnützigkeitsstatus, den wiederum natürlich der Staat verleiht. Also hier ist schon wieder der Staat mit im Boot, der der Wirtschaft die Wege ebnet. Und sie haben, also was die Journalisten Grasberger und Kotti da geschrieben haben, mit einem Jahresetat von 5 Millionen Euro ausgestattet, um die Öffentlichkeit in ihrem Sinne zu beeinflussen. Also wenn wir Aufklärenden 5 Millionen Euro im Jahr gehabt hätten über die ganzen letzten 15 Jahre zum Beispiel, da hätten wir ganz schön viel Informationspolitik betreiben können. Das Geld haben wir leider nicht. Und damit mit einer Gemeinnützigkeit macht der Staat ja dann auch noch den Mobilfunk, den armen Milliarden starken Mobilfunkanbietern noch ein schönes Steuergeschenk. Also die haben sich natürlich einiges einfallen lassen, um die Gesellschaft in ihrem Sinne zu beeinflussen, mussten sich aber gar nicht großartig anstrengen, weil natürlich wurden dieser Branche Tür und Tor geöffnet. Jeder wollte online sein, jeder wollte ein Handy und heute ein smartes Phone. Da stehen ja die Leute schon nächtelang an, um das Neueste zu bekommen. Und letztendlich kann ich nur sagen, diese Branche hat unsere ganze Gesellschaft unterwandert. Er ist einfach sehr, sehr stark und hat sogar zum Beispiel in die Schulen eingegriffen, indem das Schulmaterial für die einzelnen Fächer hergestellt worden sind, die an den deutschen Schulen jahrelang verteilt worden sind. Das habe ich selber erlebt. Ich habe ein Gespräch geführt, ein persönliches Gespräch mit dem Leiter unseres Umweltamtes in Kempten, habe ihn darüber aufgeklärt, weil ich gehört habe, dass die Stadt Kempten wollte für alle Kemptener Schulen, und ich vermute mal, es ist ähnlich in anderen Städten, einen Informationsordner zusammenstellen. Und da habe ich gedacht, oh, hoffentlich packen die nicht das Industriematerial da rein, von dieser Lobbyorganisation, und habe extra einen Termin mit dem Leiter des Umweltamtes ausgemacht, um ihn darüber aufzuklären, wer hinter dem IZMF steckt. Das habe ich getan, und was passierte? Mir ist zufällig ein Ordner in die Hände gefallen, das ganze Industriematerial war im Ordner drin, das an jede einzelne Schule ging. So ist das. Wir brauchen gar nicht bis in die Bundesregierung raufgucken, wir brauchen nur in die Gemeinderät und die Stadträt und die Stadtverwaltungen reinschauen, sie machen alle mit. Ja. Und für Ärzte ist genau das Gleiche, also diese Lobbyorganisation hat auch ein Buch für Ärzte herausgegeben, Mobilfunk und Gesundheit heißt es, glaube ich, und das wurde sogar im Deutschen Ärzteblatt vorgestellt. Dann war es so, dass im Frühjahr 2005, glaube ich, ist, ich sage glaube ich, weil ich ohne Brille das jetzt gar nicht so gut sehen kann, meine Zahlen, und ich habe gedacht, ich gucke mal, was ich noch auswendig weiß von meinem Vortrag, weil ich das Headset jetzt drauf habe, es geht nur eins von beiden, also deswegen sage ich glaube ich, also müssen Sie mich nicht festnageln, können Sie auch nachlesen. 2005 im Frühjahr stellte eine Schülergruppe ihre wissenschaftliche Arbeit vor, mit der sie aufgezeigt haben, dass nach 20 Sekunden Handytelefonat die roten Blutkörperchen zum sogenannten Geldrollenphänomen zusammenklumpen. Und das waren junge Menschen, bei denen das passiert ist. Und sie haben damit Preise bei Jugend forscht gewonnen. Merkwürdigerweise, als ich dann kurze Zeit später recherchierte auf der Internetseite vom EZMF, fand ich plötzlich, dass diese Lobbyorganisation Preise für Jugend forscht ausschrieb. So macht man das, dass man einen Bereich unter seine Kontrolle bekommt, indem man dann selber diese Kategorie vereinnahmt. Dann sehen wir natürlich auch die gute Zusammenarbeit bei uns in Bayern. Ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist. Bei uns in Bayern wird ja überall Bayern-WLAN angeboten. Also die bayerischen Bürger werden kostenlos bestrahlt und das nennt man bei uns in Bayern christlich und sozial. Ja, kann ich nicht anders sehen. Und ich vermute mal, dass sie denken, dass sie sich dann mit ihren Platz im Himmel erarbeiten. Also mein Fazit ist, in dieser Zeit, also in der Politik sitzen die richtigen Leute an den richtigen Stellen, um der Branche den Weg zu ebnen. Also was ich gelesen habe von Ministerien, die Briefe, die ich gelesen habe, ganz, ganz viele Briefe, Antwortbriefe von Menschen, die in Ministerien arbeiten, diese Ignoranz, die ich da gelesen habe, die hat mich immer wieder unglaublich erschüttert. Und ich als ehemalige Angestellte des öffentlichen Dienstes stelle mir öffentlichen Dienst wirklich anders vor, muss ich ehrlich sagen. Also öffentlicher Dienst sollte der Allgemeinheit zum Dienste sein und nicht dem Kapital. Ja, und wenn wir hier noch aufklären, finden hinter verschlossenen Türen die tollen Kongresse statt, die die Gemeindebevölkerung außen vor halten und die die smarte neue Welt für uns kreieren. Wie zum Beispiel auch in Wirtschaftsgipseln, also zum Beispiel auch die Süddeutsche Zeitung veranstaltet jährlich einen SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin. Und wenn man dann sich so mit den Themen beschäftigt, kommt dann die Politik auch wieder dazu und dann schließt sich wieder der elitäre Kreis. Und sie machen weiter mit ihren Planungen. Und ein Eingriff zum Beispiel auch mit den Planungen, was auch noch ein Eingriff ist für mich der Wirtschaft in unsere Gesellschaft, ist natürlich auch die Finanzierung von Professuren an Hochschulen. Die Telekom hat gemeinsam mit der TU Berlin vier Professuren eingerichtet. Und ein SPD-Politiker, der frühere Bürgermeister Wovereit, vergibt dann auch noch einen Nachwuchspreis an eine Juniorprofessorin in Höhe von 10.000 Euro, an eine Juniorprofessorin, deren Professur von der Telekom finanziert wird. Also so schließt sich dann der Kreis. Sie sorgen wieder gut füreinander, also dieser elitäre Kreis, Wirtschaft, Politik und Medien, während immer mehr deutsche Rentner nicht mehr wissen, wie sie um die Rente, also um die Runden kommen. Und unsere Damen und Herren in der Politik haben ja für uns Menschen hier in Deutschland sogar schon geplantes Rentenniveau noch weiter abzusenken, abzusenken zu lassen. Aber wir müssen sie finanzieren. Also im Moment ist es so, dass wir einfach diese Art des Agierens mit unseren Steuergeldern finanzieren. Ein starkes Zeichen für dieses Netzwerk ist zum Beispiel, empfehle ich Ihnen nachzulesen oder zu schauen, das habe ich auch in dem Buch Mobilfunk, ein Freilandversuch am Menschen gelesen, ist die WMP Eurocom AG. Lesen Sie einfach mal nach im Internet, was Sie propagieren, dass Sie Ihren Kunden versprechen, das am Markt der öffentlichen Meinung durchzusetzen, das Thema, was Sie durchgesetzt haben wollen, die Kunden. Und wer sich da so tummelt, ehemalige Politiker sind dann plötzlich dort auch aktiv, also es ist ein Hin und Her, ein reges Hin und Her zwischen politischen Ämtern, Ämtern in der Wirtschaft, sie nehmen ihr Know-how mit. Und dass die FDP zum Beispiel den Slogan hatte, Digital First Bedenken, Second ist kein Wunder, denn der frühere EU-Kommissar Martin Bangemann war für die Telekommunikation und für die Privatisierung zuständig. Man findet auch andere Namen in dem Buch, Mobilfunk, ein Freilandversuch der FDP-Politiker, aber natürlich auch nicht nur die FDP, die da sehr aktiv ist. Und diesem Slogan Digital First Bedenken Second hat die Medizinkoriphäe, 95 Jahre alt, Prof. Dr. Karl Hecht, in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Raum und Zeit mit dem Artikel Gesundheit first, 5G never entgegengesetzt. Ganz bewusst. Und Sie kennen ja vielleicht das Zitat von Jean-Claude Juncker, dass Sie Schritt für Schritt vorgehen und immer abwarten, ob es kein großes Geschrei gibt, weil die meisten Leute sowieso nicht kapieren, was wir da machen oder was wir für sie in die Wege leiten. Und dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. In diesem Kontext hier heißt es für mich 2G, dann 3G, dann 4G, dann 5G. Genauso arbeiten Sie. Was können wir tun? Für mich ist es erstmal das Allerwichtigste, bei mir selber anfangen. Wir können nicht erwarten, dass andere etwas tun, was wir selber nicht bereit wären zu tun. Das ist grundsätzlich so. Genauso wie das Zitat ist, wenn wir Frieden in der Welt haben wollen, dann müssen wir mit Frieden in uns anfangen. Wir können nicht erwarten, dass während wir im Krieg mit allem Möglichen sind, draußen Frieden herrscht. Wir sind alle miteinander in Verbindung. Was habe ich getan? Im Frühjahr 2005, als ich an einen bestimmten Kenntnisstand gekommen bin, war ich so erschüttert, habe ich etwas über Auswirkungen auf Tiere gelesen, bin ich aufgesprungen, mein Mann kam zufällig von der Praxis nach oben, ich ging zur Kommode im Flur, habe die Schublade aufgemacht und das ausgeschaltete Ersatzhandy, das ich ab und zu benutzte, rausgenommen, habe es meinem Mann in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich möchte, dass du den Handyvertrag kündigst, ich werde es nie wieder benutzen, ich mache bei diesem Verbrechen gegen das Leben nicht mit. Und was hat mein Mann getan? Das neue, das noch gar nicht so alte Handy, das anderthalb Jahre alt war, seinen eigenen Handyvertrag hat er mitgekündigt und wir leben seitdem absolut mikrowellenfrei. Also Sie sehen, es geht. Die meisten Menschen können sich das gar nicht vorstellen, wie das geht, aber wirklich auf Sie vielleicht irgendwie uninformiert, weil ich mir kein strahlendes Endgerät an den Kopf halte oder nicht per WLAN im Internet recherchiere. Man kann das alles sehr wohl per Kabel tun. Also für mich ist einfach Gesundheit das wertvollste Gut, was wir haben. Es gibt nichts Wertvolleres als die Gesundheit. Und ich habe, wie gesagt, schon früh erfahren als junge Frau, was alles nicht mehr geht, wenn man schwer erkrankt. Und es sind ganz viele Menschen, die haben einfach diese Erfahrung noch nicht gemacht. Die denken, sie können endlos so aus ihren Reserven leben, aber irgendwann erwischt sie das dann möglicherweise auch mal, dass sie diese Erkenntnis dann finden. Bei mir war es, wie gesagt, einfach schon sehr früh. Dann, also wie gesagt, bei uns selber anfangen, etwas zu verändern. Wie, das haben Sie ja heute auch schon gehört. Man kann das sehr wohl tun. Und aus meiner Arbeit möchte ich einfach noch zitieren, denn der alte Meister Lao Tse, Lao Tse bedeutet übersetzt alter Meister. Ob der jetzt Lao Tse hieß, ist es einfach eine Übersetzung. Er wusste damals auch schon, dass wir nicht nur verantwortlich dafür sind, für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir unterlassen, zu tun. Und was ist ein bewusster Mensch? Von Thorwald Detlefsen habe ich mal ein Zitat gehört, der hat es definiert. Was ist ein bewusster Mensch? Ein bewusster Mensch ist der, dessen Wissen in sein Sein mündet, also in sein Handeln. Das heißt, erstmal müssen wir natürlich Wissen aneignen und dafür dient so ein Kongress, ein Wissenskongress. Erst dann können wir erkennen und das Erkennen können oder das Erkennen ist die Voraussetzung für das Handeln, dafür etwas verändern zu können. Und was heißt es, bewusst zu sein? Wenn ich ein bewusster Mensch bin oder es werden möchte, bedeutet das auch, dass ich verantwortungsbewusst bin. Und zwar nicht nur für mich, sondern über mein eigenes Leben hinaus, auch für andere und vielleicht sogar für diese ganze wundervolle Erde ebenfalls. Vielleicht bedeutet das, dass wir Menschen aufhören, sollten zu glauben, dass Fortschritt der Weg ist, der uns vorwärtsbringt. Wir sollten uns mal mit dem Wort beschäftigen, Fortschritt, Fortschreiten. Wir schreiten fort vom Begreifen, was wir Menschen sind, bioelektrische Lebewesen. Wir schreiten fort vom Begreifen, dass wir Teil der Natur sind. Wir leben nicht mehr im Einklang mit der Natur. Und das ist es vielleicht, was wir wieder lernen sollten, was der Ältestenrat der Hopi auch äußerte, vielleicht sind wir diejenigen, auf die wir gewartet haben. Und die amerikanischen Ureinwohner, die Native Americans, die haben gelebt, wie man Mutter Erde ehrt. Sie haben das gelebt, was die modernen Zivilisationen verloren haben. Und möglicherweise ist es jetzt allerhöchste Zeit, dass wir das wiederfinden. Vielen Dank. Applaudissements Applaudissements Vielen Dank.